Tag zusammen, der Rolf Ziller probiert sich wieder an einer Runde League of Legends und ich habe mich entschieden, den Fiddlesticks als Support zu spielen. Äh, wie immer, keine Ahnung von dem Champion. Ich habe, glaube ich, erst auch ein paar Mal gegen ihn gespielt, deswegen weiß ich wenig. Ich weiß nur, er kann echt nervig sein. Gucken wir mal, dunkler Wind ist jetzt meine Wahl gewesen als Support, weil ich damit den anderen zum Schweigen bringen kann. Ich muss mal gucken, Fähigkeitsstärke bräuchte ich auch. Und ich bin dann mit der Annie, anscheinend, Bot. Gucken wir mal ab. Graves ist top. Leblanc. Wir haben keinen, keinen reinen Jungler. Kann gut sein, kann schlecht sein. So, mal sehen. Wir haben Lux und die Alde Funz. Genau reingelaufen, sehr gut. Abklingzeit ist natürlich arschhoch, ne? 12, 13 Sekunden ist natürlich viel. So, will ich mal echt ein bisschen hier die Creeps... Weck. Weck. Oh, ist zackt. Au. Ja, es ist... Ist hier schon. Schwierig. Ich habe mir den Ring hier gekauft. Kriege auch ein bisschen mehr Heilung. Ist vielleicht ganz gut. Genau, das ist jetzt unser Notfallplan. Das Q. Nein. Hallo. Töte mich nicht. Du bist doch einer. Okay, mit der... Lux soll ich da nicht austauschen. Das ist nicht gut. Du bist doch ein Scheiß. So. Ja, Annie portet auch nicht back. Warum? Warum geht sie? Nee, das ist so. Hart. Hart. Ach, du liebe Zeit. Es ist doch so spät. Ich kann auch nichts hier mit Minions machen, ne? Hehehe. Oh. Ist weg. Die tun schießen, tun. Ich habe noch den Flash, also zur Not könnte ich mal mich verpissen. Die Lux müsste ich irgendwie weg scannen oder so. Dann... Ich bin, die schieße ich nicht entschlossen. Oh. Also wir werden die arg böse zurückgedrängt. Allerdings. Was machst du? Oh, ja, das wollte ich dann eher nicht, aber... Bitte! Können wir machen? Ähm... Kombi auf alles! Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ja, das mit der Heilung finde ich nice. Mal gucken, ob das jetzt auch wirklich nützt, um Gegner 1 drüber zu bratzen. Also ob ich da richtig Damage mit mache, das weiß ich noch nicht. Ich werde mal Backporten, ich habe jetzt 1000. Und als Supporter mit Viertel einen Kill. Den habe ich irgendwie mir erschleimt, aber... Ich werde mal wieder hin. Oh Mann, wir haben ja also Experten im Team, so wie ich einer bin. Ja... Das sollte ich auch holen. Das sollte ich auch holen. Ich sollte alle holen. Ich hole alle. Und das und das. Das ist glaube ich ganz nice. Ähm... Fiddle kommt. Obwohl, ich gehe mal hier hin. Mal schauen. Vielleicht können wir die jetzt von der Seite überraschen. Warte doch alle. So ein Dreck. Der KSX ist zwei Sekunden länger gewartet. Mann. Mann, wir hätten die jetzt gekriegt. Aber die Luchs kriegen wir doch. Augen auf beim Eierkauf. Du musst auch die Last-Tips nehmen, sonst nehm ich die. Das ist... Ah, naja, alles klar. Oh, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass ich da rein dive quasi. Alles klar, klar, wenn man es durchliest und teleportiert Fiddlesticks an den Zielpunkt. Nice. Also 3-1. Aber 3 Kills mit einem Fiddel. Ach ja, wo soll das hinführen? So, wie stehen wir überhaupt? Ich habe Level 7. Unsere Jungler hat Level 4. Jungler können auch mal ein bisschen hinten sein. Aber der ADC, das sollte sie sein, ist so arsch behind. Okay, Timo ist auf. Die haben keinen Jungler. Das ist auch gut. Was tut, Annie? Was tust du? Oh, up. Oh, up. Hula, hula. Ey, die ist AFK, die Alte. Hallo. Na, ich flash sie doch nicht ab. Ähm, ja, was machen wir mit der? In so einem Fall kann man eigentlich nur... Jetzt bewegt sie sich! Thanks for no help. Das war auch sehr flaufen. Ich würde ja sagen, auf zu feeden, aber ich habe genauso viel Tode. Ah, ich habe wenigstens hier ein paar Items. Okay. Was kann ich denn jetzt tun? Äh, wieder flashen? Nö. Machen wir nicht, ne? Habt ihr einen? Ein Verbündeter wurde getötet. Any ADC. Amarsch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dem, ob ich da endlich alles wegnehmen sollte, aber was soll's. Ich mein, letztendlich müssen wir die Land ja irgendwie mal machen, ne? Alles klar, ich geh in. Worth, auf jeden Fall. Fiddle, ich lutsche mal ein bisschen an dem hier. Oh, das geht gut. Das muss ich bemerken. Also, Fähigkeitsstärke, um besser zu lutschen. Da ist Andy wieder. Das war nicht so clever von dir, Frau. Das war ein bisschen gewastet. Wo bin ich denn? Komm runter. Und saug. Ich krieg's alle. Wo ist sie, Andy? Die ist schon wieder tot. Scheiße. Das ist gut, das mit dem E. Oh, okay, aufgepasst. Das E hüpft halt, ne? Noch ein bisschen hin und her. Oh. Ne, dann gehen wir jetzt mal weg. Können's uns leisten. 2300. Sorry, ich müsste mich eigentlich mal entschuldigen dafür, dass ich die ganzen... jetzt kann ich natürlich nicht gehen. Jetzt hab ich nichts gesehen. Terminiert. Und hatte natürlich auch wieder keinen Flash. Ah, da kann man auch natürlich... Ja, gut. Ob man den jetzt immer so sieht. Äh, machen wir... Gönnen wir uns mal ein bisschen Rüstung. Ja mit Ja. Und die meisten Kills. Das ist gut. Unser Jungler ist ein bisschen schwach auf der Brust. Naja, und halt die Annie, ne? Also ich mach jetzt keinen guten Support-Job per se. Also deshalb kratzt die Annie auch immer ab, ne? Also Support ist halt dafür da, dass der ADC nicht abkratzt. Aber sie ist weder richtig ADC, noch ist sie irgendwas. Ich muss noch kurz helfen. Das smited auf keiner. Yes, aber. Lutsch. 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 Leider zu spät gelutscht. Lutsch. Warten, machen wir. Ich bin nicht der und weg. Zu! Das Ende naht... Ah, da bin ich nicht. Hm? Easy! Bäm! Wer steht 9 zu 3? Ich glaub, der Viertel steht 9 zu 3. Na komm, dann machen wir jetzt mal, ne? Ich mach alles. Sehr gut, Annie hat was gemacht. Puh! 10 zu 3. Wer hätte jetzt gedacht, ne, jetzt geh ich mal weg. Ich geh mal wieder weg, ich kann mir wieder was kaufen. Das ist halt, das ist Wahnsinn. Also ich, ich bin ja, ich bin ja echt Bronze, wenn überhaupt. Aber das ist hier eine Holzklasse, die hier unterwegs ist. Ist ja nicht mehr feierlich. Ähm, 10 zu 3. Und ich hab jetzt ein bisschen Power. Muss mal gucken, wie lange, wie sieht der an Filistix? 5 Sekunden? Ah, nee, ich muss jetzt erstmal 1,5 Sekunden konzentrieren. Und dann, fuck off mit A. Ist gut. Mir ist halt jetzt egal mit ADC, ne? Also das ist, glaub ich, verständlich. Ich weiß, du siehst mich. Oh. Gut geschissen. Es kommt keine Durchsage hier. Es kommt nichts an. So ein Dreck. Das ärgert mich doch. Komm schon. Ich geh da gleich mit der Ult rein und dann ist Ende. Glaub ich, das fand ich ja gut. Habe ich sogar erwischt, die alte. Ich geh weg hier. Komm, die Chasen wir weg, oder? Nein. Wir holen mal lieber unsere Jungs wieder ran. Halt ihr Angst? Mal hier durchlaufen, bis zur Sicherheit. Mal hier durchlaufen, bis zur Sicherheit. Ah, scheiße. Alles setze ich hier, aber trotzdem auf. Safety first. Und ich werde jetzt splitpushen. Mir ist das auch nicht egal, was zu machen. Nein, nobody. Das Ende naht. So, jetzt kriege ich aber gleich Besuch. Nein. Nein. So wird hart geboomst, Leute. Entschuldigung für meine Wortwahl, aber er ist, hier ist es. Warum laufe ich daher? Wollte ich nicht. Müssen wir ein bisschen drücken. Oh, scheiße. Ah, ha, abstauber. Ich kann't focus. Ja, so. Was? Das macht keinen Sinn. Wir müssen nur auf die Leblanc aufpassen, dann ist eigentlich alles geritzt. Ähm. Ich mag Lauftempo. Ich mag Lauftempo. I like Lauftempo. Komm. Wir haben ja so wenig Fähigkeitstärke. Machen wir mal, ne? Gehen wir mal mit dich ein bisschen durch. Warte doch. Und jetzt läuft. Die Tristane hätte er noch mitnehmen können. Auf jeden Fall. Nehmen wir halt den Tower. Egal. Ja, ich weiß. Ja. 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 Äh, das kann echt ein dieser Drecksack sein. Sicher mal nach hier oben ein bisschen ab. So, ich kann jetzt gleich flashen, beziehungsweise ich kann mit der Ulti eigentlich alles Kapazer machen. Nein! Was? 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 Das Ende macht Easy Der Gegner hat einen Turm zerstört. Der Graves reagiert, der kommt mit, das ist gut. Nein, tut er nicht. Er ist doof. Tut mir leid. Tut mir leid. Er ist nicht doof, aber... Ist er denn schlau? Ich weiß es nicht. Wo sind die? Drecksack. Ja, geh ich mal zum Timo rauf. Wohl das Level 15, ne? Der könnte mir weh tun. Nein, das ist doch unglaublich. Da bin ich schlecht. Da hätte ich sofort ein W machen müssen. So, auf 1 habe ich jetzt das... Ja, oder hier! Guck mal, ich habe noch Sonja's. Das ist doch scheiße. Ich muss mir das alles merken. Ich sterbe zu oft dafür. In the bush. Das ist eine präzise Ansage. Aber er hat ja noch gepinkt dazu. So, macht ihn doch mal! Gehen wir hier rum. Und ich gehe mit der Ulti ran. Lutsch! Ihr habt gesehen, wie low ich war. Aber... Das ist richtig cool am Viertel. Muss ich mal sagen. Oh! Verklickt. Jetzt hat der Minion aber richtig Angst gekriegt. Braucht nicht ganz ran. Und wieder eins zu spät gedrückt. So. Wir gehen voll. Ne, wir machen das jetzt hier. Wir holen nicht Rabaddons. Wir verzichten auf 20 Fähigkeitsstärke. Aber dafür haben wir ein bisschen Leben mehr. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Was? Ja, die wollten aufgeben. Ich verstehe das irgendwie. Aber ich habe jetzt mehr als die Hälfte der Teamkills. Unglaublich. Unser am Ende zu. Na, ich gehe doch mit KZX. Ach, ich hätte die Schuhe aufwerten können. Ich... Das Ende naht. Das Ende naht. Dann, du werd's parken können. Nee, baum! Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht, wer die Kills kriegt? Oh! Das war jetzt nicht am cleversten von mir gemacht. Aber das war jetzt echt scheiße. Ja, jetzt hat er da abgestaubt. Sauber. Toll. Naja, ist egal. Ist egal. Wir müssen eigentlich nur auf die Leblancke aufpassen und dann... Ja. Jetzt bummst sich die Luchs auch noch hoch. Das ist... Wait for me. Ah, ich hab noch mehr. Ich hab abatoren können. Was? Ne, ne. Nein. Ich fühle eure... Ach du dreckiges scheißen Arschloch. Entschuldigung. Das war's. Das war's. So. So. Also wenn wir echt verludieren dann, weil er mich hier krepieren lässt. Ja, musste ich jetzt mal rauslassen. Tut mir leid. Ja, aber das ist einfach scheiße. Scheiße. Jupp. Der nächste der reportet wird. Was soll die Scheiße. Wenn ihr nicht spielen wollt, fucking meldet euch nicht an. Überall Pilze, da steht hier der Penner Kann ich da mit der Ulti einfach reinleiben? Ein Verbündeter wurde getötet Der Gegner hat einen Turm gestört Schauer Am Ärschle Alles klar Erstes Spiel mit Viertel Eigentlich gut Ich habe jetzt nicht die Supporterrolle richtig gespielt Das war jetzt für den Arsch Aber ihr habt ja gesehen, da war nichts zu holen Eigentlich hätte ein, zwei vom Team noch besser funktioniert Wäre was zu holen gewesen Die waren nicht stark, nur Leblanc war eigentlich ganz gut Die haben damit wahrscheinlich nicht gerechnet mit einem Viertel Besonders nicht nachdem ich da so ein paar Kills hatte und ein bisschen gefeedet war Da konnte ich die ganz gut mit abholen eigentlich Hat auch Spaß gemacht Aber hier, wie gesagt, der da oben steht, der K6 hat mich zweimal echt übel hängen lassen Die Anni War jetzt auch nicht das Gelbe vom Eisari einfach mal und ist nachher noch gelieft Also ich hasse sowas Dann braucht man echt nicht spielen Ist egal Viertel Fand ich gut Wird jetzt nicht Prio auf meiner Liste sein Aber spiele ich bestimmt jetzt nochmal die Tage Ist ja noch im Moment frei in der Rota Lasst mir noch ein paar Kommentare da Oder vielleicht einen Daumen nach oben Wer es nicht gemacht hat, vielleicht ein Abo Würde ich mich freuen Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dahin, macht's gut die 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 Untertitelung des ZDF, 2020